...Hirn entstehen. Wieso eigentlich? Jedenfalls taucht der Professor Rürup von der Maschmeyer Rürup AG an der Seite der Bundesfamilienministerin auf. Ganz selbstverständlich. Als die das Konzept für eine weitere neue Pflegeversicherung vorstellt. Diese neue Versicherung kann den privaten Versicherungen zusätzlich an die 50.000 Kunden pro Jahr bringen. Ich sehe keine Interessenkollisionen. Es ist ganz üblich, dass man sich externen Sachverstand hinzubezieht. Wir haben uns lediglich bei einzelnen Konzeptionen auf externen Sachverstand berufen. Glauben Sie denn, dieser externe Sachverstand von Herrn Rürup und Herrn Maschmeyer, das sind neutrale Sachverständige? Wir haben mit Leuten zusammengearbeitet, die anerkannte Fachleute auf diesem Gebiet sind. Und das ist üblich, das machen alle Ministerien so, wenn es um die Konzeption von Gesetzesvorhaben geht. Aber Herr Maschmeyer ist doch immer noch quasi stark verbunden. Der verdient ja noch Geld mit Versicherungen auch. Ja. Was für ein Abgang.